Ich würde hier die Kryptasachen freischalten, da könnte ich meine Helden wiederbeleben, was praktisch wäre eigentlich. Weil ich glaube, die Kombination war Krypta und Fervus, ja, und die andere ist halt Agrella und Dauros. Und die beiden heben sich halt auch gegenseitig auf, also Lunort und Helia. Die wird auch bald sterben. Wenn ich hier nicht ein bisschen hier unter die Arme greife. Indem ich einfach alles abfackele. Ah ja, zurück zum Kryptatempel, ich werde ihn doch bauen. Wirklich am besten hier am Friedhof, da passt er doch ganz gut hin. Das war ein neuer Warrior of Discord, weil wir haben wieder einen Krieger verloren. Oh. Warum haust du auf den Tempel ein? Das finde ich nicht so toll. So, das lenkt sie mal etwas ab. Das erste... Die sind wir losgeworden. Ich finde es blöd, dass wir die nicht auf der Karte sehen, aber das ist halt Spielmechanik. Hier sind noch welche. Ich wollte gerade fragen, ist das neue Gebäude schon komplett, aber sie haben mir die Frage abge... Also, unser Berater hat uns die Frage abgenommen. So, nochmal upgraden, dann kriegen wir den Reanimation. Animate Bones, damit können wir, glaube ich, irgendwas, was tot ist. Wenn wir was finden, was tot ist. Ich kann das auf irgendwen mal zaubern. So, du lebst wieder, dann renn mal weg. So, noch mehr Kryptopriester. Oh, hier habe ich noch gar nicht die Veteranenwachen erforscht. Sehr schön. So, noch eine Priesterin. Ganz ehrlich, hier stellen wir auch noch zwei Ballister-Türme hin. Hier sind nämlich ein Haufen Sewer-Entruinces entstanden. So, und die Bäumchen. Gut. Also, so eine große, schöne Stadt hatten wir eigentlich schon noch gar nie. So, vor allem mit ganzen vielen Häusern. Ja, sehr schön, meine Ballister-Türme sind fertig. Die Stadtwache wurde noch gar nicht ersetzt. Der sollte nicht unbedingt sterben. So, noch mehr Reward-Flags. Den heilen. Was passiert, wenn ich auf den Reanimated-Bones wirke? Dann kriegt der einfach nur ein Skelett als Verbündeten. Das ist praktisch. Jetzt habe ich gerade das Skelett aus Versehen geheilt. Ja, die sind wirklich stark, die Warrior of Discord. Allgemein, die Allgemein, die erweiterten Warrior-Guild-Klassen sind sehr stark. So, jetzt gebe ich den ultimativen Reward aus. Jetzt, da wir das meiste hier geclared haben eigentlich an Gegnern. Und da wollen wir auf Discord eigentlich das schaffen sollte. Ja, Destroy this Tower to end the rich king's stranglehold. So, jetzt sollte ich eigentlich verdammt viele Helden anlocken. Neun an der Zahl sogar. Ja, da oben kommt ein Magier, da kommt sogar... Da kommt noch ein Magier. So, jetzt ist verdammt viel hier los gerade. Da kommt noch ein Krollm und der normale Warrior, den ich noch habe. Aber die werden wahrscheinlich nicht mehr schnell gewünscht ankommen. So, der ist gestorben. Deswegen belebe ich ihn auch gleich wieder. Ja, und überall sind Spinnen und alles mögliche aufgetaucht. Aber jetzt muss erst mal der blöde Golem weg. Der Rocken-Golem. Und da müssen wir gucken, wo sich die Witch-Queen hingeportet hat. Der Troll wird kaum die Witch-Queen sein. Da ist sie. Can summon Dark Creatures Tutorials Bidding Has knowledge of many spells both offensive and defensive? Ja. Sie sollten wir einfach mal locken. Dass wir sie nicht aus den Augen verlieren. Oh, die Spinnen haben den den einen Magiertum da eingerissen. Den hat sie jetzt gerade wohl verflucht. Okay, dann müssen wir noch mal einen Super-Reward aussetzen. Eigentlich nicht auf die Spinne. Sondern auf die Spinne. So, sie wird schon mal richtig ordentlich angegriffen. Das ist gut. Vielleicht kriegen sogar die beiden sie tot. Wir sind victorious, Ihre Majestät. Jo, haben sie auch. Achso, er ist der Witch-King gewesen, nicht die Witch-Queen. Ich glaube, das ist ein anderes, eine andere Mission gewesen. so, das war Dark Forest, ja. Ach, die Lich-Queen. Ja. Ultimate Sphere of Power. The Fertile Plane. The Fertile Plane. Top of the Dragon King. Also den Drachen selber machen wir als letztes von den Expert-Missionen. Das ist nämlich, glaube ich, ich habe sie mir mal alle durchgelesen, die schwierigste. Weil wir da Hildenmangel haben. Ich würde mal sagen, wir machen Fertile Plane als nächstes. für nur 150 Hände Kattel. However, suche Prosperität does not go without notice. Rumors have reached the castle walls, that there are many, who seek to claim this idyllic setting for themselves. You must be on guard against any such Marauders. Mhm. Ja. Survive seven waves of raiders, we attempt to destroy you. No non-human raiders available in this quest. Also können wir schon mal nicht auf Zwerge hoffen, weil die uns sogar angreifen, so wie es aussieht. Und wir sollen alle raiders zerstören. Das heißt gleich mal. Wir haben einen Level 2 Marktplatz. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt gleich mal mit einem zweiten Guardhouse. Äh, äh, ein Level 2 Castle, wollte ich sagen. Das heißt, wir können gleich mal mit den nötigsten Sachen auffahren und mehr bauen. Äh, auf die Ranger-Gilde verzichte ich, weil wir brauchen keine Ranger. Ich sage mit Pleasure. Ihr Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Your Highness, we've improved the Godhouse. Sovereign, your marketplace now serves you better.